Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Pella 210497. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind im PC Building Simulator. Wir haben wieder eine Aufnahmesession. Und auch wieder nichts Schönes zu berichten, denn ja... Der Telekom-Mensch hat vorhin angerufen. Er hat sich den Beteilerkasten angeguckt und war das Problemlicht an der Telekom. Irgendwas kaputt. Die probieren das irgendwie hinzukriegen. Wenn das nicht funktioniert, dann werden sie hingehen und werden wohl irgendwie Teile bestellen. Beziehungsweise irgendwie das Ding auswechseln. Scheiße aus. Ja. Also. Mal gucken, wie ich das Internet habe. Momentan kann ich ihn aufnehmen. Den Laden funkt auch nicht. So kommen sachte. Ja. Bis heute nicht hinkriegen, dann vielleicht morgen. Vielleicht später für morgen. Also. Ich bitte jetzt. Ich liebe os. Ich nehme die Verweite. Dann wird wahrscheinlich die Tübe über mich gerasselt. Ich kriege sie den Knappen, und gibt den Knapp. Ich hab sie gesehen, dass ich sehr, sehr gut aufgewachsen bin. Ich kann. Ich kann. Keine Sorge. Nicht hin. Einfach nur rein. Funktioniert nicht, dass ich Teile bestelle und dann... ...was anderes nirgends. Vielleicht nicht vorrätig habe ich das. Dann haben wir es mal so gemacht. Dann haben wir es mal so gemacht. Dann haben wir es mal so gemacht. Schon echt nervig, wenn überhaupt kein Internet geht. Relativ froh, dass ich... Relativ... Ich ähm... Fernseher und... also quasi... Fernseher nicht übers Internet läuft. Ich soll das extra haben. Ich kann mal wenig... Mal Internet gucken... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und ich weiß nicht, was ich jetzt... Ich weiß nicht, was ich weiß nicht... Das ist die Hänge, die hat noch was. Vielleicht ist das noch geworden im Arsch. Ah, mein Mann, komm. Aber er schickt dann eher doch, dass er so rauskommt. So, dass er so rauskommt, dass er so rauskommt. Ja, ansonsten gibt's bei euch noch etwas. Okay, wieder mal ein bisschen Regen. Wieder Klingelanlage. Ja. Deswegen werde ich momentan keine Videos hochladen, auch nicht in meinen neuen Spreadcoil präsentieren. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Ausgemacht! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier ausführen. Bestellt. Wir holen sich jetzt was zu Recht. In der Zeit können wir ja noch einquatschen. Was habt ihr denn heute? Ich habe... Da war bei euch das Wetter. Sind hier auch so schwere Unwetter oder nicht? Wir hatten... Ja, der jetzt klappt. Ansonsten... Das Wetter war nicht so heftig wie letztes Mal. Eine halbe Stunde, aber einmal hat es mich so kalt. Ansonsten... Ich bin nicht ganz gut. Oh, ich... Wollt ihr euch schon auf die Ferien oder... Berufsleben? Gehe ich ja... Ja... Leider ich bald auf die Sommerferien. Die Kicks dann. Urlaub fahren. Ja... Das könnt ihr mir doch in die Kommentare mal schreiben. Ansonsten... Der... Abo würde ich mich sehr freuen. Ja... Heik... Wieso... Schreibt mir nicht einen Kommentar. Du... bis zum nächsten Mal. Kein... Gehe ich bitte... Die Kicksal... Tein... Die Kicksal. Die Kicksal. Du... Ich habe den Kicksal. Das war's für heute. Das war's. 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 Das war's.